Soll ich ehrlich sein? Ich hab schlechte Neuigkeiten. Ich bin nicht ihr Freund. Werde ihnen nicht helfen. Ich werde sie brechen. Noch Fragen? Eins will ich unmissverständlich klarstellen. Wenn Sie gedacht haben, uns kommt irgendjemand zu Hilfe, dann haben Sie sich mächtig getäuscht. Jetzt gilt es. Es gibt sonst niemanden, der sich damit befasst. Es gibt nur uns. Und wir sind dabei zu versagen. Glaubst du die Geschichte? Osama Bin Laden? Ja. Was macht dich so sicher? Ihre Überzeugung. Wenn Sie recht haben, wird die ganze Welt dabei sein wollen. Sie werden ihn niemals finden. Er ist für immer verschwunden. Untertitelung des ZDF, 2020